Uhuhu, hier wieder beim Koali und bei Balduske 3 in der Hexenhöhle. Hier gibt es Wimmelpilze und es gibt hier Leute, die hier so hin und her wandern und wahrscheinlich nicht freundlich sind. Wir werden es erleben. Ja, der Kampf beginnt. Es sind eins, zwei, drei, vier Leute. Eins, zwei. Drei, vier. Ah, das sind bestimmt die Paladinen, die hier reingeströmt sind, hm? Okay. Kann ich hier hochspringen? Das ist zu hoch. Okay, kann ich nicht. Wir sind jetzt gerade nicht so schön in Reichweite. Schlamm ist auch irgendwie nicht so cool. Kann ich denn da hochspringen? Auch nicht. Stärke verwunschen und... So, Astarion. We'll do it my way. Step quick. Okay. Und ausgeschaltet. So muss es sein. Kroft. Und... Raserei kann ich nicht mehr. Oh, die schlägt zurück. Müssen wir gleich auf jeden Fall nochmal einen langen Rast machen, damit ich die Raserei-Punkte auffüllen kann. So, Blitzladung aufgefüllt. So, Blitzladung aufgefüllt. Oh, ich kann auch was noch. aber ich glaube ich brauche es gar nicht. sie leisten ja nicht sonderlich hohen widerstand ich glaube ich brauche es nicht. die ist nämlich da jetzt auch schon wieder hin nein da wirst du nochmals schade So, haben wir sie alle. Die kamen ja echt mit einer Ausrüstung hier rein. Schleimige Bombe. Verblichene Notiz. Verblichene Notiz. Liebevolle Nachricht. Was ist die Notiz? Da. Trag die Maske nicht, trag die Maske nicht. Ah, okay. Check ich. Können wir eigentlich inzwischen noch ein bisschen hier Rezepte machen. Wieder. Wir können hier Asche herstellen. Balsam. Und wir können Salz herstellen. Wermut haben wir genug gesammelt. Sumpfgras haben wir genug gesammelt. Asistenz gegen Feuer können wir machen. Mächtigen Heiltrank können wir herstellen. Trank des glorreichen Sprungs. Auf der herstellen. Zack. Trank des Gedankenlesens. Schichtung können wir machen. Öl der Präzision. Brauchen wir hoffentlich nicht. So, hier geht's. Nicht erreichbar. Dämpfe, ne? Okay. Schädliche Dämpfe. Wie kommen wir da dran vorbei? Also, ich denke mal, hier können wir... Können entweder einfach durchlaufen und dann unten noch nur Rast machen. Hier geht's noch unten. Hier kann man durch... Da geht's dann hier lang. Und so weit kann man dann gar nicht mehr gucken. Können wir die vielleicht irgendwie abfackeln oder so? Können wir mal alle ein bisschen zurückgehen. Hier, Will auch. Shadow hat es noch nicht durch. Okay, jetzt habe ich's doppelt schlimm gemacht. Weil jetzt sind hier nicht nur Dämpfe, sondern es ist auch noch Feuer. hmmm... What to do? Hmm, hmmm... Also... Wo kriegen wir am... Am wenigsten davon ab? Hier unten ist einmal. Dann geht man hier so rum. Und hier kann man, glaube ich, rüberspringen. Und würde dann nix abkriegen. Und würde dann nix abkriegen. Alles klar. Also gehen wir erst mal... Hier runter. Hier hin. Hier hin. Hier hin. Ah, die Gleiter ist jetzt kaputt, ne? Hier hin. Ich muss immer noch weiter. Hier hin. Wo bin ich? 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 Glück gehabt. Zu ihr beiden. Ich gebe zu, das ist gut gesichert hier. so ich hatte ja ein crash spiel crash das heißt wir müssen jetzt hier wieder vorne anfangen so wir wissen aber jetzt dass hier was zum entschärfen ist also entschärfen wir das ganze doch mal geht nicht also doch einfach nur durch es 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 Quicksalte. So. Hoffen wir mal, dass Shadowheart überlebt, ne? Wo sind denn die anderen hier oben? Die haben das noch nicht durch geschafft hier. Nein, 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 nicht zurück. Hier, kommt hier runter. So, wo ist Will? Will ist immer noch auf der anderen Seite vom ... vom ... fucking ... So, sind wir jetzt alle wieder zusammen? Hm? Sieht so aus, okay. So. So, hier geht's ja gleich rein. So. Astario, komm doch mal her. Ja, lauf noch mal durch die schädlichen Dämpfe. Ohne, dass du es musst. Ist ja super. So. Ähm. Ja. Ähm. Red nur was lauter. Erstmal speichern. Kann ja sein, dass hier irgendwas nicht ... wieder nicht so funktioniert, wie ich das gern hätte, ne? Das hier ist nämlich die Steuerkugel für den Käfig. Wie ist das? Hallo? Ähm. 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 Und. 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 Warum kann ich jetzt hier nichts machen? Trank des glorreichen Sprungs Moving ahead Seems like the best way Hmm Ich glaube nur noch eine Bonusaktion oder was? Oder gar keine Aktion mehr? Äh, ätzend. Ähm, irgendwo was für eine Reichweite? Nein, also kann ich aber hier die nehmen. Ähm, Licht bringt mir jetzt gerade nicht so viel. Was hat Steam noch dabei? Nix mehr. Ja, dann. Hm. 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 Und hier. Spurt. So, beenden. Gelähmt. Gelähmt. Alles nicht so geil. Alles nicht in Reichweite. Oh. So. Let's go. Marina ist jetzt raus. Okay. Okay. Das ist schon mal gut. Gut. So. So. Fehlschlag. So. 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 liebe ich sie. So. 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 fart. Dein alterer fehlschlag. Was soll ich machen? Was jetzt? Hm So Oh der muss dringend Heilung Haben Haben Oh 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 Hm Hm Wie sie mir näht sich das Eichhörnchen würde ich sagen Hm Wir müssen schnell reagieren Auf den Weg Oh 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 So Konzentration verloren Jetzt können wir noch ein bisschen hier ragen Ja Ja Und sie ist wieder Aufgespalten Nicht so geil Nicht so geil So Die war es nicht Und 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 Das auch nicht Und 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 Auf einmal ist sie hier Ja Sehr schön Sehr schön Sehr schön Sehr schön Äh Können wir noch einen Schwung machen Fehlschlag Ja Keep fighting Besonders wohl dass du die kannst Shadowheart Ich sag nichts mehr Aber 10 Schaden So So Survival Is all that matters Rar 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 Fehlschlag Jetzt hat sie wieder eine Runde Ja Ja weiß ich nicht ne Ja Mhm Ich will stärker sein, stärker sein, stärker sein. Alles ist möglich. Lass mich die Mädchen und ihr behalten. Wenn ihr die Macht nichts wert wäre, würden wir sie nicht verletzen. Schluss das. Es ist deine Wahl, Schmerz. Einschüchtern, täuschen. Täuschen kann er, glaube ich, besser. Ich glaube, das hatten wir geskillt. Genau hier, plus 6. Nee, komm. Ich weiß, es ist Asi mit dem Laden, aber... Mir egal gerade. Machen wir ja auch nicht ständig, ne? Das ist übrigens eins der positiven Sachen, dass man das mit der Zeit machen kann, hier. Hier, täuschen. So, Bonus. Ja... Das reicht. Du schuldige kleine Schmerzen! Gut. Hier! Ich werde bald diese Schmerzen nicht vergessen. Du hast mein Wort. Aber das Problem... Was über meinen Mann? Was passiert mit ihm? Du schuldige Schmerzen! Und du hast ihn, um es zu bedanken! Nicht, dass es wichtig ist! Ich werde einen anderen finden, nur so plump... ... und riechig. Ich kann überall ein Shop setzen. Menschen brauchen immer Lotionen und Potionen. Mhmm. Da hat sie eigentlich gar nicht so recht. Irgend... Oh... 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 Don't act like you won't miss me! Bye-bye, Bye-bye, Becken! Bye-bye, Becken! Bye-bye, Becken! So... Und haben dann einen Bonus mehr auf Konstitution! Und ich glaube, das ist doch ganz gut, oder? Seht ihr auch so, oder? Einen Bonus auf Konstitution! Wo ist er denn? Konstitution! So... Müsste jetzt im Inventar sein... Da... Flipp! Und schon nochmal einen Konstitution mehr! Das heißt, wir hätten jetzt hier, wenn wir keine Rüstung tragen... Plus 2... Und... Plus... Äh... 14 ist plus 2... Plus... Ne, plus 1! Oder? Ne, plus 2! Plus 3 wäre 16! Plus 4 wäre... Plus 4! Plus 2, plus 6! Also hätten wir jetzt 16... Wenn wir... Ähm... Rüstungsklasse 16, wenn wir keine Rüstung tragen... Und wir haben aber gerade... Rüstung 17... 15 aus Rüstung und... Ähm... 2 von Geschicklichkeit! Die 2 von Geschicklichkeit behalten wir ja quasi, ne? Also es ist... Bleibt... Genauso wie es jetzt ist... Weil auf 15 kommen wir noch nicht... Wir haben nur plus 4 hier... Wenn wir noch einen hoch gehen, dann könnten wir das ersetzen... Und auf das gleiche... Ergebnis kommen... Was wir aber machen könnten... Ähm... Wir haben ja noch diese Handschuhe... Wenn wir keine Rüstung tragen, kriegen wir plus 2... Quasi so ein imaginäres Schild... Wenn wir das noch dazu nehmen... Dann kommen wir genau auf die gleichen Werte... Ohne Rüstung wie mit Rüstung... Haben aber dann auch den Bonus von unserer Rüstung nicht... Der macht nämlich gerade... Nachteil bei Heinlichkeitswürfen... Ja... Hm... Und das hier ist halt auch eine mittlere Rüstung, ne? Die dürften wir dann auch nicht tragen... Die Flitten... Flitze... Die Blitzefüße hier... Wobei uns die ja gerade auch nicht viel bringen... Hm... Schwierige Sache zum Überlegen... So... Boah, ist die dankbar... Nicht so dankbar... Ja, bestimmt hätte sie das gemacht... Ganz bestimmt... Jetzt ist... Ja, ich würde das lange... und mein Kind... würde das immer wieder geboren werden... Und das... Das würde das... würde das immer wieder sein... Don't mich zu tents! Ich habe nichts! Mein Baby würde das aufsisen. Die Antti Aethel hoffest... Das würde das ... bestimmt tja danke jetzt auch getan so haben wir hier noch irgendwas best be on my way Knochenkappe Schweinelände und Schweinegrün Tonflasche Trank der Geschwindigkeit haben wir hier eben einen verbraucht Schwere Truhe jede Menge Ringe Trank des Federfalls sehr gut Lassen wir das alles hier? Ich glaube schon ne Das sind irgendwelche komischen Hexentränke Den weiß ich nicht Nehmen nur die Tränke mit die wir gut identifizieren können So kommt mal alle mit hier Wo seid's denn ihr? Da kommt die ganze Schose Ab in den Pilzring Ja und dann ist hier die Barriere weg Ich 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 habe hier so einen Zauberstab gefunden. Geh ihn zurück! Geh Conor zurück! Bitte! Reise! Nekromantie! Wieso tot? Der lebt doch! Guck! Bewegt sich! Hm. You feel something pull at you. The creature yearns for a master. What have you done to him? Hmm. Hmm. But this isn't what she promised! I wanted him back! Back the way he was! Not this! No! Don't put him in the ground! He was... He is afraid of the dark. I'll do it. I'll take him. No! This is my fault. And I'm... I'm gonna fix it. Maybe someone in Baldur's Gate can help us. Conor always said, you can find anything in that city. I'll... I'll figure something out. Come on, love. Let's... Let's go! So, dann sind wir jetzt hier und, äh... Ich würde sagen, wir machen hier jetzt für heute einen Cut. Und, äh... Vielen Dank, dass ihr zugeschaut habt. Bis zum nächsten Mal. Ich danke! Vielen Dank.